Willkommen bei Perlespotting. Das ist der Südstartplatz von Mottaner Luntz bei Skurl im Unterengadin. Er befindet sich hier gleich unterhalb der Bergstation von der Gondel, mit der man hier raufkommt. Und die Ausrichtung ist nach Süden, genau genommen Süd-Süd-Ost, aber nach Süden kann man natürlich hier schön herausstarten. Und auch leicht westliche Richtungen verträgt er noch ganz gut. Allerdings so richtig Westwind, dafür ist der Startplatz nicht geeignet und ich denke auch das ganze Fluggelände für Westlagen, wo sich die Thermik nicht durchsetzen kann, ist es nicht gerade prädestiniert. Aber bei schwachwindigen Lagen, bei Südlagen kann man hier wunderbar fliegen, auch schon recht früh aufdrehen, Thermik fliegen, Strecken fliegen. Gerade im Frühling ist es ein sehr beliebtes Streckenfluggebiet und sogar für die Schulung wird es hier eingesetzt. Der Startplatz hier ist eine großzügige, schöne Wiese und wenn nicht gerade Baustelle ist und hier die Baubleche abgestellt sind, dann hat man noch mehr Platz quasi bis zur Bergbahn hinüber. Ja, vor der sollte man natürlich ausreichend Abstand halten. Und auch wenn man hier hinunter sieht, dann sieht man sehr schön eine große Stromleitung. Ein paar hundert Meter tiefer nach dem Startplatz wird der Hang etwas flacher und bevor er steil abfällt an der Kante läuft eine Stromleitung entlang. Über die kommt man natürlich leicht drüber, wenn man hier im Gleitflug hinausfliegt. Aber man sollte sich halt hier nicht verbasteln, nicht zu lange Thermik suchen, sonst könnte es sein, dass es doch knapp wird und man im Notfall unten auf den flachen Wiesen vor der Stromleitung am Hang einlanden muss. Der richtige Landeplatz, der offizielle Landeplatz ist hier nicht direkt zu sehen. Er befindet sich aber gleich hier unten am Fuß des Hanges in unmittelbarer Nähe zur Seilbahntalstation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017